Willkommen zum kostenfreien Bewusstseinstraining. Gratis für dich einen ganzen Tag Bewusstseinserweiterung ohne Drogen. I promise. Genau. Und zwar lade ich dich ein, einen 180-Grad-Tag für dich einzuräumen. Was bedeutet das? Das bedeutet als erstes, also ich erkläre dir alles in diesen paar Minuten jetzt, ich denke mal fünf bis zehn Minuten maximal und du kannst es umsetzen den ganzen Tag und kostenfrei für dich. So, weil du da bist, weil ich dich schätze und weil es so einfach sein kann und das möchte ich dir beweisen. 180-Grad-Tag, was heißt das? Als erstes machst du ein Foto von dir, indem du deinen Kopf, soweit es geht, nach unten zwischen die Beine nimmst, deine Haare schön ausschüttelt, dass sie von deinem Körper wegstehen. Und dann machst du durch deine Beine von vorne ein Foto von deinem Gesicht und deinen Haaren. Und das gehst du dir dann anschauen in deiner Fotogalerie, bearbeitest es, dass es quasi richtig rumsteht und schaust dich an, dein grinsendes Gesicht, mit diesen Haaren nach oben. Also es geht wirklich darum, kostenfrei in Leichtigkeit und mit Genuss letztendlich, das für dich zu erleben. Das Zweite ist, bei allem, was du tust, bei wirklich allem, alles, was dir in den Sinn kommt, und drehst du erst mal in deiner Vorstellung um. Du machst in deiner Vorstellung genau das Gegenteil. Und du wirst jetzt schon merken, oh, das ist doch ganz unterschiedlich. Ja, genau, mach einfach dein Ding. Und wenn du dich erinnerst, 180-Grad-Tag, oh, Moment, umdrehen im Kopf. Und dann kannst du als dritten Schritt erst mal lachen. Und dann bist du vor allem direkt in dem Raum der unendlichen Möglichkeiten, ein Zugang zu deiner Essenz. Und durch das Freudige, durch das Lachen, durch die Leichtigkeit ist der Raum offen. Und es setzt die natürliche Ausdehnung deines Wesens ein in die Unendlichkeit, die du wahrhaft bist. Dein Bewusstsein erweitert sich auf natürliche Weise. Und dann, aus diesem inneren Erleben, aus diesem Zustand heraus, kannst du entscheiden, was du tatsächlich machst. Aber tu es. Genau. Und damit bist du mit ganz viel Leichtigkeit und Freude ins Radum gekommen, in den Raum der unendlichen Möglichkeiten. Jetzt muss ich mal auf meinen Spickzettel schauen. Ja, mit Leichtigkeit, Freude und Genuss in dein erweitertes Bewusstsein, ohne Drogen. Ich wünsche dir viel Freude bei diesem gratis 180-Grad-Tag, 180 Grad und noch viel mehr Bewusstseinserweiterung für dich. Jetzt tu es. oltestesast. Je�� Dr. Untertitelung des ZDF, 2020